So, willkommen zur Ansprache von Daisy Fitzroy, gleiche Nervensäge wie Herr Finkbeiner, der Biodenknocker, Bioshock Infinite, weiter geht's in die Fabrik von Herrn Finky Pinky. Komm, auf geht's. Muck dat Ding uff. Oh ja, dat brutzelt jetzt. Hm, 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 hm. Salz, danke. Das ist von mir aus. Aber wenn ihr Menschen sein wollt, dann haltet euch an die Worte! Hören Sie alle! Okay, jetzt probier ich mal hier was. Na super. Gut, so, da haben sie ein bisschen auf. Türmchen. Ich glaub, die mahnen schon ein bisschen die Arbeit für, ne? Oh, ne, da sind Patrioten. Patrioten. So, hm. Da bringt sich das hier nichts zusammen. So. So. Ja, ein Patrioten. Oh. Oh, Romcy, Romcy. Okay. Oh, da oben war die Note, ja, doch, doch, die kann ich jetzt kurz, ähm... Also, es sind viele von diesen Fallstößen ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Los. Okay. Danke. Ja, komm, komm, Nachzug. Gut, haben's geschafft, sehr schön. Verbündet, ja, wie lang nur? Moment, ja, jetzt ist sie wieder gewesen, ne, Schänze. Gut, danke. So. Immer noch Schießerei. Wir haben andere Keiden auch immer wieder an. Oh, danke. Kommen wir so hin. Guti. Allgemeiner. Wer hat Link an? Na ja. Karabiner merkt. Oh je. Okay, ähm... Oh, jajajaja, ich mach mal weg hier. Hebe mich nicht bei der Rinkenkanone da behalten lassen. So. Ähm... Darf gehen? Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Ah, okay. Na gut, dann... Dann schalten wir mal den Kettelin aus. Irgendwie... Wir sind voller Liebes. Und... Knuff. Ich muss den Antrieb lahmlegen. Und das Ding runterhau. So. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ähm... So, bitte. Uah! Usch, ich schaff's nicht, ey. Hu. Usch, ich schaff's nicht. Usch, ich schaff's nicht. Ich will den Turm noch ein bisschen blundern. Na, da ist nichts mehr drin. Ah, was gelegen hier, brauchbares? Nope. Gut. Komm Ellie! Äh, weg, 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 weg! Geh, 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 geh. Oh. Hinein in das Schiff. Hier stirbt. Ja. Mh. Hm... Hm. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das den Unterholen. Ähm, ja, gut, ich glaube, ich gende mal nicht so geschickt hier Deckung zu suchen. Bin ich jetzt? Bin ich? Ura? Oh, nö, oder? Wie wir ganz unten? Na, super. Komm, auf geht's, Ellie. Wo das ist Drecksluftschiff an, wie wir zu schießen. Ja, genau, das meine ich. Ich muss den Antrieb lahmlegen. Ja, 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 ja. Jetzt lass mich erst mal wieder auf das Doppelschiff drauf kommen. Sonst wird es ja halt nichts hier, hey. Äh, so. Ui, ne, fast. Schrotflinte. Hm. Na, ein bisschen Nahkampf gehen. Oh, komm mal her. So. Ui. Ui. Gerade so. Ja, gleich nicht mehr. Was ist schon ein Leben? Oh, da kommt keiner. Ja, gleich mal hier, hier. Na, gleich nicht mehr. Äh, Moment mal kurz, Moment, Moment, Moment. Äh. Aha. Upsi. Ah. Oh, nie war's wer. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Oh. Danke. Na, eigentlich ist der oben mehr weg. Okay, jetzt muss der mal in meine Falle reinlaufen. Also, natürlich nicht tot. Doch, Bruder. Gut, der ist weg. Oh, nee, jetzt kommt ein bescheuerter. Ähm. So, ähm. Mal chargen vielleicht. Ich muss den Uncharge einfach im Nahkampf gehen. Mal schauen. Dann legt man nicht hier ein bisschen Nahkampf-Klamotten an. Äh. Skala in Genauigkeit. Munitionskapazität. Na. Ähm. Nop. Ähm. Ähm. Na, ich denke mal, ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Ich nehme das Vorteil. Töten, um zu leben. Hat man noch nicht irgendwo noch was Nahkampfiges? Oder wählen wir das? Ähm. Nop. 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 Weren wir das? Ähm. Moment mal, schluch, schluch. Oh ja, okay, ich denke mal, das wird ganz, ganz praktisch sein. Machen Sie mal. Hm. Nee, ich bin hier. Wenn ich jetzt den Patriot angreifen muss, weil ich hier gar keinen Bock drauf habe. Okay, dann los geht's. Ich muss den Ansegel hervorrufen. Das den wir unterholen. Nö, na, auf, 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 oh, ich, eh. Nö, na. Du, 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 du. Der macht wieder einen Schutz weg. OOO. Nein, der ist gemein. Der meint. OOO. Boah, dann muss ich wieder dumm scheiß Zeppelin rüber. Okay. Ich mag was ist vollziehen und ich werd mich wieder, wenn ich dann oben im Zeppelin bin. Alles klar.